Papa, Papa, Mutter, Mutter. Papa, Mutter. Vati. Was ist los bei dir? Wir sagen immer nur noch seltsam. Was ist kaputt bei dir? Vatel, Mutel. Das können wir nichts von verwenden. Was wäre Moritz gerne, Felix? Seinem Handy zufolge Dealer. Waut jemand? Felix, was wäre ich gerne? Seinem Auto zufolge Vertriebler bei Huckoburg. Felix, was wäre Moritz gerne? Seiner Lunge zufolge tot. Hat er einen Punkt. Phil, wie viele Frucht-T-Shirts hast du eigentlich noch? Ja, leider nur das noch. Und ich sage mal so, wenn ihr da was Nettes für mich habt, gerne zusenden. Das ist dein neuer Style, dass du so einfach weiße T-Shirts... Ja, genau, mit Fruchtmotiv oder es kann auch mal... Ja, nee, es ist Fruchtmotiv. Ich wollte gerade sagen, es kann auch mal eine Gelbfrut sein, aber streng genommen auch eine Frucht. Also, ja. Alex. Wir setzen kurz ab. Alex muss noch fertig rendern. Keine schwierige Ausnahmefehler. Alex, was kann man sagen beim Sex und auf dem Reiterhof? Ja. Wir haben ein weiteres Spiel. Also, alle oder keiner. Das ist jetzt... Das war ja ein bisschen wie Stalingrad. Die Hälfte macht nicht mit und dann kann man gucken, wie es läuft, ey. Schön, dass du es immer sagst. Ich nenne euch gleich einen Hasskommentar und ihr sagt mir dann, wie die Schlagzeile dazu lautet. T. Der erste Kommentar ist, es geht immer und überall nur um euch Frauen. Wie ist der dazugehörige Artikel gewesen? Mehrwertsteuer auf Tampons wird erniedrigt. Ich musste an Frauen denken und dann fiel mir das Wort reduziert nicht ein, sondern weil die so oft erniedrigt werden und dann auch noch die Tamponpreise. Irgendwann ist Schluss. Ich hoffe, das wird rausgeschnitten. Du musst einfach nur Schniedel sagen. Das ist dann die Geheimtik. Schniedel, Schniedel, Schniedel. Die Antwort lautet jetzt wegen der Quote. Wie ist die Frage? Phyllis. Warum läuft falsch, aber lustig nur im Internet? Ja, fair enough. Wegen den Schniedeln. Tut weh, aber stimmt. Fast alle lautet die Antwort auf welche Frage, Fabian? Ja, im Klassiker, wer pinkelt in die Dusche. Ja, jetzt einmal mit Hand hoch. Ja, bin ich als ehrlich. Alles Lügen. Genau, nur wir zwei. So sieht's aus. Ja, der Rest von euch, nee. Ich hab nicht gefragt, wer kackt den Toaster, ne? Also, hast du einen Titel? Also einen Biografie-Titel von Shireen, Shireen, Shireen David. Shireen David, die ganze Wahrheit, sponsert bei McDonalds, Nike, Gucci, Playstation, jede Make-up-Marke, Douglas, Douglas, Adidas, Mercedes, hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Yippie, Yaya, Yippie, Yaya, Respekt, wer es selber macht. Ärzte können auch weiblich sein, ne? Ärztinnen. Ja, aber die Frage war, wen wollt ihr mitnehmen zum Arzt? Boah, jetzt ist Gymnasiumhumor hier angesagt. Ihr habt Lärm, studierier Wichser. Innen. Danke. Phyllis, was kannst du sagen, mit 20, aber nicht mit 40? Leonora, Leonora, Dappe? Nochmal. Schwer mit 40, ne? Nochmal. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das war die Antwort. Das kann man mit 20 sagen, aber nicht mit 40. Ja. Und wieder habt ihr es nicht verstanden. Also ganz einfach. Meine Damen und Herren, und alle anderen. Haben wir alles bereit in der Regie? Ach nee, wir haben die Klappe vergessen. Ja, brauchst du gar nicht sagen. Ja, halt dein Maul jetzt. Luka! Luka! Dass du mich gar nicht fragst. Nee. Du hast so Angst, ne? Du wirst in dieser Staffel nicht gewinnen. Einfach, weil ich... Ich dachte, du. Ich hab mich gewöhnt an Shitstorm, aber auch an eine Karriere. Also, das bin ich nicht bereit herzugeben. Dann mach ich irgendwas. Und dann sehen wir, oh, Frauen sind forzen. Ja, okay. Ja, schreib ich das auf. Willst du, oder soll ich trotzdem machen? Ist das jetzt... Okay. Ja, ganz im Ernst. Jetzt unter uns. Philis muss morgen einmal gewinnen, weil morgen ist Felix Lobrecht da. Und ich bin ganz sicher, der darf auf gar keinen Fall irgendwas bei mir machen. Es geht immer und überall nur um euch Frauen. Wie ist die Schlagzeile? Fabi. Die neue Folge Gemisch des Hackes draußen. Okay. Viele Fans anwesend. Ja, okay. Lass mal ein Lobo! Ja, das verstehe ich gar nicht jetzt. Ist das die Schäden? Weil die so oft über Frauen reden? Weil das so früh wie nur Frauen hören. Ach so. Wollte er damit sagen. Das war mein Kommentar. Ist das denn so, oder? Ja, weißt du auch warum? Weil die cool sind. Oh, oh, okay. Depression. Gib mir eine Werbeclaim, Elissa. Immer noch lustiger als Moritz Neumeier. Ja, und da kickt's wieder. Felix, Werbeclaim für Depressionen. Depression. Das Rückgrat der deutschen Seilwirtschaft. Will ich da, steigt ihr aus? Phyllis, hast du noch einen? Kopf hoch. Sonst bleiben die die Antidepressiva im Hals stecken. Ich dachte, das Publikum kann irgendwie auch noch eine Restleistung bringen, aber... Kopf schütteln in der ersten Reihe. Nein, ich hab meinen Dienst schon für Deutschland aufgegeben. Ich hatte noch einen, der bombt wahrscheinlich. Ja, das ist immer eine gute Ansage. Felix, was willst du nicht hören beim Date? Okay, und jetzt achte mal hier auf die Explosion. Und jetzt kommt erst das Flugzeug. Das waren die selber. Hast du noch einen, Phyllis? Ja, ist nur was vom Späti, weil alles andere ist zu. Du machst jetzt nur Witze, damit seine besser aussehen, oder was ist... Ich krieg immer Haue, wenn ich zu lustig bin. Nee, das ist einfach, weil Till schlechter ist. Da seh ich immer gut aus. Ich weiß, ich hab ne Ausstrahlung, Moritz, aber das ist krass. Da strahlt irgendwas ganz tief in mich rein, ey. Wie so ne Schlange. Was ist das denn für ne Schlange? Ob ich an den CTA denke? Ja, klar. Das ist mein Lieblings-Mercedes. Call to Action weiß ich. Ja, hier abonnieren, da die Glocke, dies, das. Kenn ich doch alles. Ich bin der Pauze, fragt da jemand, ey, warum ist denn Till nicht da? Ja, Till hat heute ganz wichtige andere Verpflichtungen. Till muss heute sein großartiges Bühnenprogramm Mein Italien in Lüneburg in der ehemaligen Scheune aufführen. Der Lappen, ey. Wirklich. Ja, aber es ist total toll, man sieht da die alten Balken noch und so. Ja, es ist Festgage, viel Abo-Publikum. Wichser, ey. Nee, nee, ist super, ist super da. Ist richtig geil da. Ist richtig geil. Ist die Heute-Show. Ja. Ja, weil die meinten, die müssen jetzt einmal das ganze Farbspektrum an der Kamera einfach runterdimmen. Bei Till. Weil sonst flimmert es. Hat zu viel Sättigung. Ja, man sieht dein Gesicht gar nicht dann. Ja, ja. Das wird einfach so rausgerendert. Nur als würde der Pulli da rumfliegen. Finde ich. Diese geile Minecraft-Optik, ey. Alter, das ist hier das Godzilla übrigens. Das weiß ich schon. Okay. Das steht da auch drauf, ne? Ich weiß nicht, wie wenig du kennst, Moritz, wirklich. Naja, ich hab einfach nur vorgelesen, was hauptsächlich im scheiß Pulli steht. Ja, nicht schlecht. Die Buchstaben kannst du schon machen. Hast du noch einen? Hast du noch eine gefährliche Sache gefunden? Die Donner ist ein Spatz. Nee, ich glaube aber, der ist gefährlich lustig. Lieber ein Spatz in der Hand. Achtung, Gagkanone ist durchgeladen. Als 10. Dann mach doch direkt irgendwie Tausende oder sowieso 10. Ja, das fand ich übertrieben. Wenn du jemanden auf der Straße sehen würdest mit 10 Spatz in der Hand, wäre das nicht übertrieben. Nee, ich würde sagen, übertreibst nicht, Junge. Wenn du bei mir mitfährst, bezahle ich dir den Aufdruck. Aber ihr müsst Kinder dir hören und ihr trägt Barfußschuhe. Musst du selber wissen. So viel Uncoolness ist ansteckend, muss man wirklich sagen. Noch schlimmer wäre dein Poetry Slam Text ohne Kontext. Das wäre so gut. Felix Lobrecht, ich hab jetzt auch Gedichte. Ich will dich direkt Promi-Flash-Tagesspiegel. Was, er hat doch Gefühle? Das hast du übrigens bei einem Jazz-Poetry Slam vorgetragen und da lief er im Hintergrund noch so Streicher-Präsien. Wenn noch eine Entwickler gebraucht, einfach auf www.morizistgeilmitreime.de Er hat auch gesagt, dass er sich einfach nicht merken kann, wie wir heißen. Ist nicht schlimm. Doch, ihr seid super 1 und super 2. Nee, alles gut, Till, alles gut. Ich bin 41. Das ist sie. Ja, das ist ja nur bestätigt. Ja, sie hat gesagt, sie ist 41 und hat gesagt, das stimmt. Und das Publikum ist so, oh. Also, wenn sie ihr Alter sagt, okay, aber das dumme Schwein da oben doch nicht. Viele bezahlen und kaum einer darf es nutzen. Typisch Deutschland mit seinen ach so großzügigen Politiker, die selbst nicht bezahlen. Till, hast du noch was? Tamponpreise reduziert. Auswilderungsprojekt in Südafrika. 2000 Nashörnern dürfen zurück in die Wildnis. Phyllis. Ist das viel oder ist das wenig oder ist mir das einfach scheißegal? Mann, der an verschiedenen Orten traurig ist. Das hat mir meine Frauenärztin geschickt. Das ist ein Röntgenbild von meiner Gebärmutter. Das finde ich ja gut. War der dabei. Mein Fitnessstudio. Ich glaube, meine Gebärmutter hat auch so ein Schnurrbart. Ich muss einmal ganz kurz hören. Jana, du hast noch was gesagt. Was war das? Ja, bitte? Als wäre es ein richtiger Beruf, ne? Ah, sie hat gesagt, danke, Till, war super. Jana, kann ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank. Das war es für heute. Ihr wart super. Dankeschön. Danke.